Okay! WUH! So, hier ist noch Wasser. Hallo! 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 Schlubi, blubi! Schlubi, blubi, as always! Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer verschnupften, verröteten Birkenpollen-Ausgabe von Ladlbox und... Ach ja, stimmt! Du bist ja mit Heuschnupfen voll gefoltert. Ja, ich fühl mich auch... Ich glaub, meine Nase geht grad wieder zu. Deswegen müssen wir schnell machen, denn... Nimmst du denn Medikamente? Ja, die mir... Ich hab 30 Euro für 6 Pillen und einmal Augentropfen bezahlt. So ne Scheißveranstaltung. So, Scheißveranstaltung. Herzlich willkommen! Wir spielen mit den... Was für Blöcken spielen wir? Trollblöcken! Genau! Troll-Lucky-Blocks haben wir heute am Start. Ich bin sehr gespannt. Soll ich den Timer starten? Ja, wir spielen wieder auf der 1.8. Ne? Nur so als kleine Info. Ja, ja, ja. Wir spielen nicht mit der Kack 1.9. Das haben wir ja... Vielleicht machen wir ja nochmal so eine Spezialfolge, weil... Aber ich glaube irgendwie mit einer 1... Mit einer? Aua! Okay, ich verstehe, warum die so heißen. Ich verstehe, warum die so heißen. Ähm... What the fuck, okay. Kommt hier jetzt immer eine Explosion? Ne. Ähm... Vielleicht machen wir ja nochmal eine neue Version, denn... Neue Folge, denn ich glaube ab der 1.9 ist irgendwas... Ab der 1.9.2 ist irgendwas anders. Haben sie wieder ein bisschen zurückgeschraubt oder was? Äh... Also... Ich hab was gehört. Ja, aber ich will da überhaupt nicht... Oh! Was zumunkelt man denn? Ja, ich weiß es nicht. Also... Keine Ahnung. Oh, was ist das denn Abgefahrenes? Ich bin ja, was das angeht, so gut wie... Lol! Nie informiert, was ist... Wow! Ich hab einen Heilungsstab bekommen. Hit someone to fully regenerate him. Wow, das kann ich... Das kann ich aber für den Kampf nicht gebrauchen. Ich glaube, das sind wieder so richtig beschissene Blöcke, die wir überhaupt nicht nutzen können. Oh, doch! Aua! Okay, du hast geilen Scheiß bekommen. Du hast geilen Scheiß bekommen. Hast du geilen Scheiß bekommen? Nein! Aua! Doch, hast du wohl, du Lügnerer. Wuuuuh! Oh, ich krieg hier mal nur irgendwelche komischen Potions und so. Boah, nein, meine Nase geht zu! Fick dich! Dann... Dann sprühe sie dir mit Nasenspray ein. Nee, hab ich nicht da. Hab ich unten. Fuck it. Damn! Ich will ja eigentlich auch so wenig Nasenspray wie möglich... Alter, hier explodiert alles. Ich will ja auch so wenig Nasenspray wie möglich nehmen. Damit du nicht so ein Suchtiviers wie ich... Ja, ich glaub du nimmst das ja regelmäßig, ne? Naja, jetzt gerade wo auch wieder bei mir... Ja, bei mir... Ich hab ja jetzt auch wieder Heuschnupfen. Also ich bin ja eigentlich so... Mai bin ich erst wieder dran. Okay. Gegen was bist du allergisch? Ja, ist nicht so genau bestimmt. Eigentlich ging alles mögliche an Gräsern. Aber bei mir kommt es halt immer erst wirklich im Sommer. Also so Mai, Juni, Juli geht es halt bei mir richtig los. Okay, dann hast du Gräser. Das ist ja noch beschissener. Ja, ja. Aber ich hab so Cetrizin, ähm, diese Tabletten und die nehm ich jeden Morgen. Und dann hab ich eigentlich keine Probleme. Die machen einen halt nur mega müde. Okay, ja genau. Das... Solche Dinge hab ich auch. Weiß nicht, wie heißt denn die Reaktine Duo hab ich? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh... Aber das hilft halt einigermaßen so, ne? Weil ich hab halt bei mir... Ich weiß nicht... Augenjucken hab ich halt ganz extrem dann halt auch. Ja, ja. Mein eines Auge war gestern. Ich hab gestern so ein kleines Infovideo gemacht. Das war komplett Matsch. Ich hab das Bild gesehen. Ich hab das Bild gesehen, ja. Richtig ekelhaft. Also, äh... Ja, glaub ich dir. Das ist halt... Ich sag... Heuschnupfen... Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich keine Lebensmittelallergie oder sowas habe. Aber Heuschnupfen ist halt auch echt nicht witzig. Das stimmt. Okay, den Typ kann ich überhaupt nicht killen. Was ist das denn? Alter, wie hier einfach alles in die Luft fliegt. Ja. Das Witzige ist, ich hatte da gerade schön... Man muss auch teilweise schnell genug sein, um das alles einzeln zu sein. Ja, ja. Deswegen. Also, äh... Es gab auch so ein paar Potions irgendwie und die sind dann wieder wegge-explodiert. Ja. Ja. Ist so. Alter, wow. Also, es sind aber völlig neue Spawns diesmal. Also, das ist cool. Ja. Also, da ist definitiv, äh... Da ist ein Shit mit dabei. Äh, ja, aber... Zumindest, äh, gestern war halt so wirklich der Höhepunkt... What the fuck, Alter? Also, gestern war echt so der, der schlimmste Tag mit Augen und Nase, weil... Da hat auch das Nasenspray nicht mehr geholfen. Ich habe es reingemacht und dann war es so ein Kreislauf. Es wurde immer ekliger und immer mehr. Ah, okay. Ja, ja, klar. Oh nice. Ne, das stimmt schon. Das ist teilweise schon echt behindert. Vor allem, wenn du einmal anfängst deine Augen zu reiben, dann ist es vorbei. Ja, ja. Das ist wohl wahr. Äh, und... Wir müssen ja... Ne, was will ich hier machen? Ähm... Scheiße, ich bin durch. Wir müssen ja auch dazu sagen... Äh, am Morgen... Also, was heißt wir? Ich muss dazu sagen, am Morgen ziehe ich ja um. Das heißt, äh... Bin grad so ein bisschen im Vorproduzieren. Aber ich hoffe mal, ich sehe jetzt nicht so ganz zerwurstelt aus durch die Birkenpollen. Aber ich glaube, dieses Jahr soll es auch richtig scheiße sein. Also, heute... Äh, heute vor allem. Äh, dieses Jahr ist somit eins der schlimmsten Jahre. Wurde gesagt. Ja, hängt... Hängt halt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, wie viel es halt auch regnet und so ein Scheiß. Ja, aber das... Das ist halt krass. Gestern hat es zweimal geregnet und zwischendurch immer Sonnenschein. Das war voll witzig. Richtiges, typisches Aprilwetter. Naja. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr Birken... äh, Birkenpollen? Freut euch, wenn ihr das nicht habt. Und was tut ihr dagegen? Ja. Was tut ihr dagegen? Erstmal ne Koksnase nehmen. Ja. Erstmal ne Line. Erstmal ne Line ziehen. Oh. Boah, scheiße. Das Problem ist, irgendwie... Ich hab ein bisschen Rüstung am Start, aber das war's dann auch. Also, ich hab noch nicht so viel Rüstung am Start. Uh. Das ist ja cool. Ich glaube, ich hab nicht sonderlich viel, was ich dir entgegensetzen kann. Okay, bist du schon durch? Aber nun ja. Ja. Au. Arschloch. Er wird schloch. Ich kann touch das. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich hab hier einen Zombie, der heißt, can touch das. Du, 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 du. Oh ja. Oh ja. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte für mich. Jawohl. Nice. Alter. Du, 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 du. Aber ich glaub dir einfach mal jetzt noch nicht so, dass du, dass du gar nichts hast. Naja, ey. Ich will nicht sagen, dass ich gar nichts habe. Ich sage nur, dass... Hä? Ich sage nur, dass... Hä? Braucht du meinen Lapis Lazuli zum verzaubern? Scheiße. Ich hab nur Smark, der... Kacke. ALT! Okay. Okay. Ich hab so viele Tränke mit diesen Random Effects. Random Effects? Random Effects. Aber, dass ich, dass ich... Also, ich werd auf jeden Fall den ein oder anderen auch auf mich schmeißen, glaub ich mal. Jetzt die neue, die neue YouTube-Show von Hardy. Random Effects. E-Facts. E-Facts. Hardy's Random E-Facts. Was ist... What the fuck, Alter! Oh! 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 Du bist groß! Du bist echt groß! Shit! Ich muss weg! Ich muss weg! Hilfe! Alter, meine Seite! Hilfe! Okay. Ah! Das ist doch kein Normaler! Der hat doch was genommen! War hier grad was? Ne. Okay. Okay. Na gut. Wir machen ja sowieso gleich Defikulti. Oh! NEIN! Warte! Warte, warte, warte! So. Ah! 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 Wo war das? Nein! Hier durch! Nee! Ich will's... Ja, 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 ja... Also... Ready when you are! Es ist weg! Das finde ich jetzt kacke, dass es weg ist. Bei mir ist Dinnerbone übrigens, ne? Hast du ihn schon gesehen? Äh, nee. Das fette... Neu! Ja, jetzt sehe ich's! Ist irgendwie auch kaum zu übersehen. Ja, ich seh's! Ähm... Gut, was macht man jetzt hier raus? Was machen wir denn jetzt hier raus? Ja, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich mach hier einfach... Den... Äh... Wie viel Zeit habe ich noch? Zwei Minuten. Okay. Das Problem ist, ich hatte glaube ich keinen einzigen Brunnen. Sowas gibt's hier gar nicht in der Version. Glaub ich. Nee. Keinen einzigen Brunnen! Ich hatte auch keinen. Nee. Ich hatte auch keinen. Ich hätte auch keinen. Ich hätte auch keinen! Nein... Oh! Okay, na gut. Eisen habe ich nämlich nicht. Sonst hätte ich mir jetzt noch eine Hose machen können. Aber was ist das denn, a troll face? Häh? Okay, gut. Das hat keine besondere Bedeutung. Also theoretisch bin ich fertig. Oh, okay. Alles klar? Ja, ja, ja. What the fuck? Oh! 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 Ernsthaft? Es geht schon wieder los. Das hast du. Kill dich, kill dich, kill dich, kill dich, kill dich, kill dich. Ja, mache ich. Aha, okay, das war ein Trank. 1-0. Also ich habe noch ganz viele Troll-Potions, aber ich weiß nicht, was die machen. Okay. Ja, warte mal. Ja, bist du fertig? Ja. Okay, ich auch. Wo bist du? Wo bist du? Ach da. Hi. Hi. Na, komm her. Komm, 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 komm. Was hast du da auf dem Kopf? Was ist das? Eine Mütze. Ist das ein komischer Helm? Was macht die Mütze? Alter, was ist hier los? Mach die dich unbesiegbar? Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich auch gerade nicht gestorben, du Eimer. Ach so, du hattest die gerade schon auf. Na, komm her. Warte, warte. Komm, wir gehen ins Haus. Nein! Ja, komm her. Warum? Was ist los? Ja, komm her. Ja, wir können gerne ins Haus gehen. Kein Problem. Wie lange geht denn dein scheiß Trank? Ja, relativ lange. Oh Gott. Ernsthaft? Ja. Kriegst du überhaupt Schwarz? Wie Trank hast du davon? Nö. Ich habe gerade... Hahaha, ich nehme mich auch nicht. Toll. Wollen wir einfach warten. Ja, die Frage ist, hast du einen Trank genommen oder hast du was anderes genommen? Nö. Ich habe jetzt was anderes genommen. Ja, ich weiß, was du genommen hast. Was denn? Ist das was Essbares? Ja. Hahaha, das habe ich nämlich auch. Hast du ungefähr fünf Herzleisten? Ja. Ich habe fünf in Halbherzleisten. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Okay. Oh, scheiße. Ja, dann können wir jetzt warten. Zwei Minuten 50. Sehr schön. Ach, was weiß ich... Was denn? Was ist das? Aua. Ja, Alter, was ist das denn? Komm her, komm her. Los geht's. Oh, uah. Alter, was ist das denn? Na los, komm, komm. Au. Höh. Ich bin im Block. What? Alter, jetzt bin ich doppelt so schnell. Danke. Alter, ich auch. Alter, wie schnell ich bin. Du hast gerade einen Trank. Was hast du gegeben, Alter? Ja, keine Ahnung. Ich habe uns eine Random Potion gegeben. Was ist das? What the fuck? Alter, ich gehe einen Schritt. Ja, Mann, das ist recht übertrieben. Alter. Äh, äh. Ja, sich da gegenseitig zu schlagen ist unmöglich. Wo ist er denn? Ja, wo bin ich denn? Na, ist dein Ding schon alle? Äh, nein. Wie lange hast du denn noch? Ich habe noch ein bisschen. Okay, komm da. Boah, ich muss mal sehen, was das Schwert für Schaden macht. Yo, One-Hit. Na klar doch. Auf jeden Fall. Okay, es steht 1-1. Was, äh, was ein Battle. Ja, Mann. Das können wir jetzt, das wird ein sehr, sehr langes Battle werden. Ja, aber ich benutze jetzt die Pizza nicht. Das macht doch keinen Sinn. Wollen wir die Pizza gemeinsam runterwerfen? Ja, ich werde sie einfach nicht benutzen. Wie viel, wie viel, wie viel Slices hast du denn noch? Eins. Okay, gut. Ja, dann, ähm. Ja, komm, zweite Runde. Go, go. Ja, komm, ich krieg doch... Ja, One-Hit, Mann. Ey, das ist doch ein Witz. Das Problem ist, ich... Es bringt mir halt nichts, weil du auch die Pizza benutzt und dann ist halt einfach... Ich hab jetzt zwei Slices noch, du hast eins. Ja, komm runter und töte mich. Ja, okay, gut. Na komm, keine Chance gegen so'n Schwert, Mann. Ja, lass ich da... Und! Und! Bumm! Bumm! Ja, Mann. Was hat denn das Schwert für'n Angriff? Oder steht da einfach One-Hit? Das Schwert hat 20,5% Attack-Damage. Also, zumindest, ich hatte irgendwie nichts bekommen, also wenig bekommen, was wir sonst bekommen hatten, ne? Also, es waren sehr, sehr abwechslungsfreiche Dinger. Ne, das stimmt. Das stimmt. Ähm, die sind natürlich overpowered, das heißt, äh, wer hier was zieht, also, das hat nix mehr, das hat gar nix mehr mit Kämpfen zu tun. Ja, ja, ist so. Ihr könnt ja eure, äh, Meinung gerne mal in die Kommentare packen, ob die, ob wir die nehmen sollen, weil es ist halt wirklich, nah, ne? Ein Stück Pizza und du hast irgendwie 300 Hertz Leist, das ist schon... Wobei, vielleicht war es ja auch mega lang, dass wir die Pizza bekommen haben. Das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wann ich ihn bekomme. Vielleicht gibt es ja noch einen Haufen anderen Kram, den man ziehen kann. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.